Harry Potter Wenn Harry Potter in die Schule zurückgeht, ist er in großer Gefahr. Ich rieche Blut, Zeit zu töten. Hogwarts ist kein sicherer Ort mehr. Die Kammer des Schreckens wurde geöffnet. Gibt es die Kammer des Schreckens wirklich? Ja, McGonagall macht sich Sorgen, wie alle Lehrer. In der Kammer ist angeblich ein Monster zu Hause. Ihr drei, solltet verdammt gut auf euch aufpassen. Weißt du etwas über die Kammer des Schreckens? Angst, Potter? Träum weiter. Keine Panik. Was ist wohl stärker, die Macht Slytherins oder die des berühmten Harry Potter? Ist dir jetzt Panik angesagt? No, außer Anh. Ja. 역s talvez. ... ... ... ... Vielen Dank.